Also man setzt die VR-Brille auf und da sieht man eine Welt, die man noch nie gesehen hat. Es ist ein Riesenuniversum, was wir hier aufgemacht haben und es lohnt sich, diesen Raum zu entdecken. Was mich da gereizt hat, war das zu machen, was nur im virtuellen Raum geht. Klänge so zu positionieren, dass die normalischen Gesetze der Physik nicht mehr entsprechen. Ich werde heute die Probe leiten, dirigieren kann man das nicht wirklich nennen. War der gut, Carola? Ja, sehr gut. Dann sind wir fertig. Vielen Dank. Es wird sehr interessant, zu sehen, wie wir all diese Geräusche in die Interaktivität geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Takeיים Heutes Seeine Wir sehen uns beim nächsten Mal. 400m ungefähr esp Sunshine Sp W ση In tub Vor Marin Mit auss mit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020